Ja, der Miro und ich, wir sitzen hier vor unserem Förderturm, da kann man seinen Becher spenden bei Heimspielen, einfach reinwerfen und das Geld ist dann für den Förderverein und die machen dann Aktionen unter anderem für die Jugend, das ist ganz einfach, Miro, wir haben uns hier mal zwei leere Becher genommen, die werden dann einfach hier in die Löcher reingeworfen, ne, einfach reinstellen, einfach reinstellen, genau, oder halt hier oben, so. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Fernhoff Aktuell, heute mit Miro Volentics, es hat endlich geklappt Miro, schön, die erste Frage wegen deinem Vornamen, du hast mir auf der Fahrt nach Konstanz erzählt, dass das so ein bisschen eine verschiedene Bedeutung hat, auch dann in deiner Heimat, du heißt manchmal, oder wirst manchmal Merec genannt und von vielen Fans auch Miro. Was ist denn jetzt eigentlich richtig, als Abkürzung? Mein voller Name ist Miroslau, aber das ist für meine Freundin, zum Beispiel für meine Freundin in Slowakei, ich bin Merec, das ist zum Beispiel meine Freundin oder Mama, die sagen mir Mirko, aber Miro in Slowakei sagt mir niemand, ich denke, nur hier in Deutschland. Aber wir dürfen dich trotzdem weiter Miro nennen, ne? Ja, ja, das ist okay. Super. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen gewitzelt in Konstanz, ich habe gesagt, knackst du die 100 Tore, 100 Saisontore in der Torschützenliste, das hat leider nicht ganz geklappt. Du stehst aktuell bei 94, meine ich, ist das richtig? Ich glaube, oder, ne, doch, 94 Tore sind es, genau. 94 bist du damit unser bester Schütze, das heißt, jetzt am Samstag müsstest du sechs werfen, ist das auch dein Ziel? Ja, das freut mich, diese Situation, ich habe viele Tore dieses Jahr, aber ja, dass mein Plan für diese Saison ist, der beste Torschütze zu sein, in Vendorf zum Beispiel und auch bleiben in zweiter Liga. Ja, das ist mein Ziel für diesen Samstag zum Beispiel gegen Mstetten, es gibt mehr als 2 Tore zum Beispiel. Genau, du hast es schon angesprochen, Mstetten, da reden wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber. Aber du machst ja eine, oder du hast eine Fahrgemeinschaft mit dem Messi, ne, da würde ich noch ganz kurz einhaken und wohnst in Bonn. Bist also nicht so oft hier in Kreuztal, fühlst du dich trotzdem wohl hier? Ja, ich bin immer zufrieden, ja, das ist alles okay mit der Mannschaft, wir haben viel Spaß, auch mit diesen Leuten, die Arbeit für Vereine wie Bern, Klaus, Rogo, Du zum Beispiel. Sie sind immer nett und sie helfen mir jeden Tag und ja, dass wir fahren von Köln, wir haben die Treffpunkte in Köln, ich wohne in Bonn und ja, von mir, die Bonn ist sehr schön, Stadt, ja. Und die Fans spielen ja bei dir auch eine ganz besondere Rolle, ne? Ja, das ist für die Defender-Fans, ich denke, dass sie sind die Beste in der Bundesliga. Das ist unglaublich, wenn wir spielen zu Hause, da ist eine unglaubliche Atmosphäre und für mich ist es unglaublich, wenn wir spielen, die Auswahlspiele, das ist egal wo, das ist 100 Kilometer oder 800 Kilometer in Rostock, dass jeder Fans ist immer da, wie die Fuchse zum Beispiel oder Brigade oder Schneiders Family oder Lersch Family oder Andreas und Ingrid und Kali und jeden, jeden dieser Fans, das ist unglaublich. Ich denke, dass Handball für diese Leute ist mehr als Hobby. Ja, das glaube ich auch und das ist auch ganz wichtig, dass diese Fans dann auch am Samstag in die Halle kommen gegen Amstetten, das ist dann das nächste schwere Spiel und da müssen wir wieder punkten, weil wir haben vier Punkte Rückstand auf Saarlouis, auf einem Nichtabstiegsplatz, also jetzt direkt nachlegen, ne? Ja, am Montag, wir haben mit Mannschaft und Trainern ein bisschen besprochen, über dieses nächste Spiel und dieses Jahr, wir haben zweimal gegen Amstetten gewonnen, aber diese Information, das muss vom Kopf weggehen, weil dieses nächste Spiel ist sehr wichtig für uns und ich hoffe, dass wir dritten Sieg in Folge haben. Vielen Dank. Vielen Dank.